Hallo, mein Name ist Julia Hilger, ich arbeite bei der Bredex GmbH. Ich leite dort den Bereich Personalabteilung und die Bredex GmbH ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt der Softwareentwicklung in Java, aber auch Qualitätsmanagement, genauso wie UI, UX Design, Data Analytics und Datensicherheit und Informationssicherheit. Wir haben 120 Arbeitnehmerinnen, die ihre eigene Verantwortung haben und sie machen die Entscheidungen in der Team, damit wir nicht einfach warten müssen, um ein CEO zu warten. Die Teams machen ihre eigene Entscheidungen, weil das die Entscheidungen müssen. Wir würden sehr gerne gerne koreanieren, besonders wegen der sehr gut-educateden Leute, die hier sind. Und wir brauchen die Erfahrung, um unsere Unternehmen zu entwickeln. Es ist besonders, was wir brauchen? Wir brauchen Java-Developer, wir brauchen auch Leute mit Agile-Mindset und wir brauchen Leute, die offen-minded sind. Wir haben eine große Variante von Leuten in Bredex und wir sind auch sehr multi-culturell. Und wir lieben, dass wir unsere Knowledge haben. Und jeder und jeder bringt ihre eigene eigene Knowledge in die Teams, in die Projekte. Und das ist so, dass wir einen Schritt weitergehen. Ja, für den Beginn oder für den Start, in Deutschland, wir offeren, wie zum Beispiel, eine Flette. Und wir offeren German-Classes. So, wir provideen alles für den Start. Wir haben auch ein Mentoring-Programm. So, jedes und jeder neue Kollege bekommt ein Kollege, die bereits in der Firma in der Firma, und wir machen sie zu unseren Aktivitäten. Wir machen Dungeons & Dragons evenings. Wir machen auch barbequen. Wir haben viele soziale Aktivitäten in unserer Firma. Und wir haben viele andere Vorteile, wie 30-Dage-Vacation. Wir offeren Home-Office. Wir haben Flexible Working-Hours. So, wir versuchen, alle individuellen Personen, wie sie sind, und machen sie sehr komfortabend zu sein. Wir wollen die Koreans hireieren, weil sie sehr gut-educate statusen sind. Sie sind oft sehr gut-trained, sie sind sehr, sehr fokussed auf der Arbeit. Und das ist das, was wir brauchen in unserem Projekt. Wir brauchen fokussed Leute, sehr gut-trained Leute, um die besten Dinge für unsere Kunden zu machen. Mein Tipp für die Aufmerksamke ist, dass Sie be offen-mindeden sind. Be open zu neuen Dinge. Try out neue Dinge. Und wir helfen Sie von Beginn auf, von Anfang an. You will always know where to ask, who to ask and we will help you to get along. So, be open-minded and no worries, we will help you out. So, ask your questions, whatever is on your mind. Sign up. So, have you been waiting for yourself. You are a really good friend. So, the time you have to ask, come and ask. We will answer them. Untertitelung des ZDF für funk, 2017